Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch. Hallihallo und herzlich willkommen bei unserer Besprechung zum Film Martin liest den Koran. Wer sind wir? Wir sind ein Teil des Tele-Stammtisches und zwar ich, Schlogger, dann ist David dabei. Hallo David. Hallo. Und Stu ist auch am Start. Servus Stu. Shalom. Ja, Shalom. Oh Gott, es geht schon los. Stu hat direkt gesagt, dass dieser Film, der am 7.11. in den deutschen Kinos starten wird, vermutlich sehr wenig gesehen wird. Und da bin ich sehr gespannt auf unsere Besprechung jetzt, denn ich tease es schon mal an, ich fand den Film überraschend gut. So, so als kleiner Teaser. Was mich interessieren würde zuerst mal, um was geht es in dem Film überhaupt? Kannst du, David, das für uns kurz und knackig zusammenfassen? Äh, ich kann es probieren, ja. Ja, versuch's. Also, die Prämisse ist relativ simpel. Ein Handy-Reparateur fährt abends in die Universität, überrascht dort einen Professor, der gerade Feierabend machen möchte und offenbart ihm quasi, dass er eine Bombe platziert hat. Aber er sich nicht so ganz sicher ist, ob er denn wirklich das Richtige im Namen Allas tut. Und dieser Professor ist Islamwissenschaftler und er möchte mit ihm darüber debattieren, ob im Koran irgendetwas dagegen spricht, dass er diese Bombe legt. Das ist die Ausgangssituation und darum dreht sich's quasi im ganzen Film und dann geht's los, die Diskussion. Ja, super. Danke dir. Genauso hätte ich's auch zusammengefasst. Und so viel wusste ich auch vorher vom Film nur und ich fand's total spannend und hab mich nur aufgrund von diesem, also ein, zwei Sätzen entschieden, diesen Film möchte ich unbedingt besprechen und hatte richtig Bock drauf und hatte erwartet, das ist so ein, keine Ahnung, so ein Kammerspiel, wo zwei Leute sich unterhalten und eben so ein bisschen über den Koran debattieren. Was hattet ihr denn von dem Film erwartet? Ich fang mal mit dir an, David und dann Stu. Was sagst du denn, David, dazu? Was hattest du erwartet? Ich kannte auch nur den Trailer und der Trailer ist ja so wie ein Kammerspiel aufgemacht und deswegen hab ich da tatsächlich nicht viel erwartet. Eher so verhörartig, dass beide eben an diesem Schreibtisch sitzen und dann die ganze Zeit debattieren und sich Ferse an den Kopf schmeißen, also richtig tief in Exegese eintauchen. Und man im Grunde genommen ansonsten nicht viel sieht. Ja, genau. Das war meine Erwartung. Ja, so ähnlich wie bei mir. Und du, Stu, du hast den Film jetzt, ich weiß gar nicht, hattest du überhaupt Erwartungen? Ich hab dich ja so ein bisschen genötigt, den zu gucken, oder? Naja, genötigt jetzt nicht, aber ich will ehrlich sagen, wenn der Faktor Schlogger nicht da gewesen wäre, hätte ich dich nicht gesehen. Du hast mir halt eben gesagt, dass der sehr gut ist und ich hatte an dem Abend nichts weiter vor, weil ich sehr einsam bin und hab ihn mir dann angesehen und mich dann hier so ein bisschen parasitär in diese Besprechung reingezweckt. Ja, cool, okay. Also ich hatte keine Erwartung, gar nichts. Keine Erwartung, okay. Also wir haben jetzt die Zusammenfassung gehabt, unsere Erwartung gehört. Wir dachten, das ist so ein Film, da geht es um hin und her. Und da wird ja jetzt schon so ein bisschen angeteast, dass es vielleicht um doch ein bisschen mehr geht als das. Ich wusste auch gar nicht, dass Ulrich Tukur mitspielt und den kennt man ja zumindest. Und der andere, wisst ihr, wie man den ausspricht? Sehun Demirov? Sowas in die Richtung? Den kannte ich auf jeden Fall auch nicht. Ich kannte ihn auch nicht oder kenne ihn bis dato nicht. Ich muss zugeben, er hat mich immer ein bisschen rausgebracht, weil er hat zumindest in diesem Film so eine Ähnlichkeit mit Klaas Häufer Umlauf. Was? Okay, das habe ich gar nicht gesehen. Und das hat mich ab und an einfach ein bisschen gestört. Fandest du denn, dass er das gut gemacht hat? Oder dass beide, wie fandest du denn das Schauspiel von beiden? Grundsätzlich fand ich das Schauspiel top. Von beiden, von Ulrich Tukur nochmal ein Stückchen besser, aber an sich die ganzen Dialoge, die so geführt werden in dem Film, fand ich sehr realistisch. Es wird weder zu viel gesagt, noch zu wenig gesagt. Das macht ja so ein, um dem Ganzen so ein realistisches Setting zu geben, das macht das ja auch irgendwie aus. Es ist alles irgendwie glaubwürdig, was sie sich an den Kopf schmeißen oder was sie sprechen oder was auch der Professor in der Situation so spricht. Ich hatte so ein bisschen eine Befürchtung, als ich den Trailer gesehen habe, dass das zu überdramatisiert wird teilweise. Klar ist das ein sehr dramatischer Film, aber ich meine, dass einfach er zu stark zerredet wird. Und das ist ja zum Glück nicht passiert. Okay, danke. Und bist du mit dem Schauspiel zufrieden von beiden Herren? Definitiv. Also den Darsteller des Martin habe ich zuvor auch nicht gesehen, aber er hat mich jetzt auch nicht an Klaas Heifer-Umlauf erinnert. Ich habe gerade das Bild vor Augen von ihm und, nee, muss ich sagen, da sehe ich jemand anderen drin, aber nicht Klaas Heifer-Umlauf, aber es sei dir gegönnt, David. Und Ulrich Ducour ist natürlich seit, ja, ich glaube jetzt schon mehreren Jahrzehnten ein sehr bekannter und erfolgreicher Schauspieler und egal, wo der mitspielt, ich finde nicht alles toll, aber auf jeden Fall fällt mir auch spontan keinen einzigen Film, wo er mitspielt, einen, wo er mir nicht gefallen hat. Und die liefern sich halt eben hier schon ein Duell, ein Schauspiel-Duell, ein Duell der Worte, was ganz interessant ist, weil es ja schon so ein bisschen auch, kann man sagen, die Frage aufbringt, was ist jetzt gefährlicher? Ist es Sprengstoff oder sind es dann vielleicht doch nur die Worte? Aber ja, also darstellerisch gibt es für mich in diesem Film wirklich nichts zu meckern. Muss aber auch dazu sagen, ich hatte zu Beginn des Films meine Schwierigkeiten reinzukommen, wegen anderen Aspekten des Films, möchte ich mal einfach nur sagen. Ja, da kommen wir bestimmt noch drauf zu sprechen. Ich wollte noch kurz, ich habe während des Films tatsächlich relativ viel mitgeschrieben, weil ich es so spannend fand, was die dann eben für Argumente nennen. Also, dass Martin ja wirklich, der ist ja, der ist wissbegierig, der will ja wirklich von dem Professor oder dem Propheten, wie er es dann auch manchmal nennt, will er ja wirklich einen Grund haben, er will eine konkrete Suche haben, in der steht, dass andere Menschen oder Unschuldige umbringen, dass das verboten ist. Und dann kommen ja dann auch so Dialogfetzen, wie das der Professor dann sagt, ja okay, was soll ich Ihnen denn jetzt sagen? Wenn Sie andere umbringen wollen, dann sind Sie offensichtlich verrückt und egal, was ich Ihnen sagen werde, das werden Sie verstehen wie ein Verrückter. Und das hast du ja schon gesagt, David, das sind so Dialoge, die relativ real auch klingen. Und da wird Martin dann, der agiert auch nicht verrückt. Also, der agiert wie jemand, der wirklich den Koran von Anfang bis Ende durchgearbeitet hat und total verzweifelt ist, weil er eigentlich nichts findet, was gegen seine Tat spricht und wirklich auf einer wissenschaftlichen Ebene debattieren will. So war zumindest mein Eindruck. Und ich fand, die Schauspieler, ja, Ulrich Tukur, klar, der ist ein älterer deutscher Schauspieler, also der spielt schon manchmal dieses Theaterdeutsch, was wir ja kennen von deutschen Schauspielern. Aber da bin ich eigentlich gut reingekommen. Und jetzt zu der Sache, die dich so ein bisschen, dichst du, so ein bisschen abgehalten hat, davon reinzukommen. Möchtest du denn ansprechen, was das genau ist? Ja, das ist die andere Sache, die, glaube ich, bei dem Film neben dem Schauspieler heraussticht oder neben der Thematik heraussticht. Das ist einfach die Inszenierung, weil ich zu Beginn halt dachte, okay, also ich habe mich in der Hinsicht informiert, dass ich mir durchgelesen habe, worum geht es grob? Also dass da einfach dieser Koranleser diesen Islamwissenschaftler aufsucht, mit dem er redet und dachte, jetzt kommt so eine Art, wie hier gerade eben schon angesagt worden ist, so eine Art Kammerspiel. Aber die Inszenierung ist ja schon sehr besonders, sage ich mal, weil die Kamera immer wieder so ein bisschen agiert, als wäre sie als Voyeur mit im Raum. Also sie verfolgt die Leute manchmal regelrecht, auch wenn sie manchmal still steht. Ich hatte immer das Gefühl, das soll gar keine Kamera sein, das sollen wir sein, die dem Ganzen irgendwie dazugehörig sind. Und das hat mich zu Beginn zumindest ein bisschen irritiert und hat ein bisschen dafür gesorgt, dass ich ein bisschen gebraucht habe, um da reinzukommen. Wobei, das sei auch gesagt, am Ende das alles für mich zumindest komplett Sinn gemacht hat, diese Art der Inszenierung. Nur zu Beginn halt eben war es für mich so ein kleiner Stolperschneid. Und wie ging es dir mit der Kamera, David? Mir ging es genauso wie es du. Anfangs hat mich das auch ein bisschen rausgebracht. Ich dachte ja so, jetzt versuchen die da auf Künstlerisch da jetzt noch irgendwie was einzubauen, damit es nicht ganz so langweilig wird später vielleicht. Teilweise hat mich das gerade am Anfang dann auch ein bisschen so an Stromberg erinnert. Stromberg, diese Cutszene, die es bei Stromberg immer gab, wenn sie einfach nur das Büro gefilmt haben, wenn einer irgendwas zu tun hatte. Nur später, also nach und nach, ja, erkennt man, dass da schon eine gewisse Sinnhaftigkeit dahinter ist, dass es nicht nur künstlerisch sein soll. Wie das du auch sagst, dass man quasi so als Beobachter mitgenommen wird, als höheres Wesen eventuell. Ich fand das dann tatsächlich ganz interessant und gegen Ende fand ich es auch gut, dass sie es so gemacht haben, weil das den Film tatsächlich stark aufgelockert hat und dann nochmal eine Ebene reingebracht hat, die jetzt auch nicht zu viel war. Also man kann ja auch hier wieder sagen, okay, man könnte jetzt da noch dieses und jenes und das und dann haben sie doch wieder zu viel des Guten gemacht. Aber die haben das dann schon ganz gut dosiert und auch nochmal was reingebracht, was einen selber zum Nachdenken gebracht hat. Ja, also mir ging es wie euch, dass ich erst dachte, okay, sind wir jetzt diese Kamera oder ist das ein höheres Wesen, soll das aller Gott, Teufel, was auch immer sein. Und neben dieser Inszenierung, dass wir so eine Art lebendige Kamera oder eine Kamera mit Charakteristik haben, haben die auch noch ganz viele andere Inszenierungsideen hier. Also wenn der Koran hin und her gedreht wird, dann dreht sich auch die Kamera oder sie, wenn ein Charakter in die Kamera spricht, dann dreht sie sich mit ihm so mit oder auch sie haben ganz lange Kamerafahrten, dass in Dialogen die Kamera so hin und her schwenkt, anstatt dass Schnitte sind. Und wir haben auch andere erzählerische Schnitte oder Ideen, dass wir manchmal gar nicht wissen, was ist denn jetzt wirklich passiert. Also wir sehen zum Beispiel, wie Martin vor der Tür des Professors sitzt, die Kamera bleibt stehen und Martin steht auf und geht weg, verlässt den Gang, geht hinten weg und dann zieht die Kamera so ein bisschen in die Richtung des Zuschauers und dann sehen wir, dass Martin da noch sitzt, also gar nicht gegangen ist. Also es ist nicht nur vom Kameraspiel her haben die da so ein paar Ideen, sondern es ist auch manchmal so ein bisschen unklar, okay, was stellt sich gerade nur jemand vor und was passiert wirklich? Wie ist das bei euch angekommen? Fang du mal an, David, bitte. Ich fand das gut, das hat mich dann in der Gesamtschau an den Film erinnert. Ich weiß nicht, ob ich das sagen soll, weil das vielleicht dann ein bisschen spoilerhaft ist. Also es hat mich an die letzte Versuchung Christi erinnert von Martin Scorsese, dieses ganze Setting einfach und ich fand das sehr spannend tatsächlich, dass man das so eingebaut hat, weil das tatsächlich dann nochmal so eine Ebene drauf setzt und man als Zuschauer tatsächlich hinterher überlegen muss, okay, wie ist es tatsächlich abgelaufen oder wer ist der Böse oder wer ist der Gute oder wie hat sich das alles tatsächlich zugetragen? Ich fand das toll. Also gut, den Film kenne ich nicht, deswegen kann ich nicht einschätzen, ob es ein Spoiler ist oder auf was sich der Spoiler beziehen könnte. Und du, ist dir das auch positiv oder negativ aufgefallen mit diesen, man weiß gar nicht, was jetzt eigentlich real ist, Inszenierung? Also erst mal muss ich sagen, ich dachte, ich hätte irgendwie den Kontakt zu David verloren nach seinem Glashäufer-Umlauf, aber tatsächlich musste ich während des Films auch an die letzte Versuchung Christi denken. Von daher sind David und ich wieder auf einer Wellenlänge, finde ich gut. Schön, freut mich. Ja, freut mich erst. Und ja, für mich war das auch immer so ein Spiel der Wahrnehmung und mir war auch dann irgendwann mal irgendwann klar, okay, nicht alles, was wir hier sehen, muss der Wahrheit entsprechen. Und es geht vielleicht auch da, da reizt halt her, was ist jetzt Einbildung, was ist Realität? Und die Frage natürlich, ist das überhaupt wichtig, weil der Film ja eigentlich dann auch noch andere Fragen waren, gerade halt, wenn es um gut und böse Glaube und Unglauben geht. Denn es steckt bestimmt richtig viel in dem Film drin, aber das, was es halt für mich letzten Endes dann doch war, ist halt einfach dieses Duell zwischen diesem Professor und, ja, diesem Martin. Martin, das fand ich eigentlich ganz spannend, weil da eben Thematiken drin waren, wo ich bei mir innerlich gemerkt habe, dass da einfach Sachen passieren, wo ich dachte, boah, ich habe, glaube ich, einfach zu viele schlechte Actionfilme gesehen, weil es ein paar Momente gab, wo ich dachte, jetzt haue ich mir halt einmal einen in die Fresse und gut ist. Ja, das ist interessant, dass du sagst, dass es vielleicht ganz egal ist, weil mich, also ich mag, wenn rumgespielt wird mit solchen Sachen, aber mich nervt dieses, weil es bringt ja so ein bisschen dieses mit, oh, es war nur ein Traum. Also wenn ein Film irgendeine Geschichte erzählt und dann sagt, ja, ist aber gar nicht passiert oder ist es vielleicht gar nicht passiert, das fand ich auch teilweise am Ende gab es da so Punkte, wo ich mir dann gewünscht hätte, ja, okay, so ein bisschen mehr Klarheit hätte ich mir auch gewünscht. Aber wenn man dann eben so reingeht in die Richtung, ist das dann überhaupt relevant, dann ist das natürlich ein schöner Diskussionsansatzpunkt. Ihr hört schon raus, das ist nicht ganz der trockene Diskussionsfilm, den wir erwartet hatten. Es gibt hier eine lebendige Kamera, es wird mit ganz viel angedeutet, was dann vielleicht doch gar nicht so passiert ist und wir erfahren auch mehr über Martin, als wir vielleicht gedacht hätten. Und das bringt so ein ganz, so ein bisschen, wir hatten vorher gesprochen, dass wir keinen Spoiler-Teil machen wollen. Ihr könnt natürlich gerne mit uns diskutieren in den Kommentaren oder wo auch immer, wie ihr diesen Film aufgefasst haben, denn das Ende vom Film und auch diese Auflösung, was denn die Kamera bedeuten könnte, was wir schon angedeutet haben. Ich muss es sagen, ich fand das, das fand ich richtig, was habe ich dir gesagt, Stu, richtig schrecklich, schrecklich, schrecklich. Also mich hat das richtig, richtig berührt und das hätte ich von diesem Film, ich hätte gedacht, das wäre ein ganz anderer und leichterer Film, als er dann geworden ist. Wie ging es euch denn mit dem Ende, falls wir darüber reden können, ohne irgendwie krass zu spoilern? Stu, fang du doch mal an bitte. Ich habe mich vom Ende halt ein bisschen erwischt gefühlt, weil ich bis zu dem Punkt, wo halt eben dann in Anführungszeichen die Auflösung kam, schon sehr Antipathien gegenüber diesem Martin hatte. Weil er halt einfach Sachen sagt, wo ich halt mit meinem Gewissen einfach nicht vereinbaren kann, dass es gut ist. Also jemanden umzubringen ist einfach scheiße, egal ob du es jetzt für Gott, für dich oder für Mutti machst, es ist einfach falsch, Punkt. Aber dann am Ende, wenn man halt seine Motivation wirklich versteht, also die wirklich wahre Motivation und durch was er eigentlich angetrieben wird, dann hatte ich irgendwie das Gefühl, dass ganz viele Sachen für mich in dem Neuen nicht erstrahlen. Dass auch die Bedeutung des Korans eine ganz andere ist, wo ich dachte, okay, der ist halt einfach einer von diesen armen Individuen, die irgendwie fehlgeleitet worden sind von irgendwelchen falschen Propheten. Und das hat den ganzen Film nochmal so umgekippt, diese Enthüllung zum Schluss. Und das fand ich ganz spannend. Und ich habe mich halt wirklich dabei erwischt gefühlt, weil ich diesen Mann halt eben auch vorverurteilt habe im Laufe des Films. Teilweise nicht zu Unrecht, meiner Meinung nach. Aber trotzdem saß ich dann so ein bisschen mit Röppel dann vom Film und dachte, okay, Film, du hast mich. Und das fand ich eigentlich ziemlich gut. Und du, David, wie fandst du das Ende? Also ich hatte ja noch, bevor ich ihn geguckt hatte, Angst, dass dieser Film zu stark mit Stereotypen irgendwie spielt. Und dann haben wir hier dann den Terroristen und da haben wir den Gutmenschen-Westler. Und mir war irgendwie klar, da der Film ja jetzt auch den Drehbuchpreis und so gewonnen hat, dass da irgendwas kommen muss. Sonst wäre auch, wenn der Film dann erstmal erscheint, ein Riesenaufschrei, zumindest dann auch in der islamischen Community eventuell, weil dann Stereotype verbaut werden. Und ich habe dann immer irgendwie darauf gewartet, okay, irgendwas kommt da bestimmt noch irgendwie, muss es ja irgendwie eine Enthüllung geben. Und ich fand die dann auch echt clever, ich fand die echt gut. Nicht so ganz überraschend, aber ich fand sie toll gemacht und auch schlüssig. Und auch ein tolles Gedankenspiel, um auch wieder hinter diese Gewaltspirale zu kommen, die ja thematisiert wird, die ja angesprochen wird. Und warum legen Leute Bomben und warum geht es da immer weiter, warum kann man da nicht aufhören? Das war so das erste Ende. Für mich hatte der Film ja eigentlich zwei Enden, quasi dann später, wenn er nochmal nach Hause kommt. Da muss ich sagen, wenn er dann später zu Hause ist. Dieses Ende habe ich nicht so ganz verstanden oder nicht. Also da hadere ich noch damit, aber das, bevor er nach Hause kommt, das fand ich geil, ja. Ja, es ist natürlich hier wieder die Erwartungshaltung. Ich wusste natürlich nicht, dass sowas kommt, was wir jetzt mit diesem Podcast wieder vielleicht ein bisschen eine Erwartungshaltung aufbauen. Aber auf jeden Fall, wenn man es weiß, so wie du, dass der Regisseur Juric Saule eben 2022 einen Preis für ein unverfilmtes Drehbuch bekommen hat. Und das war eben dieses Drehbuch. Und das wusstest du dann vorher, David, und hast schon gewisse Erwartungen an die Geschichte dann demnach auch gehabt. Ja, das habe ich mir jetzt erst später hinterher angelesen, dass er tatsächlich einen Preis dafür gekriegt hat. Aber ich wusste, dass der Film ja zumindest nicht im Vorfeld jetzt schon irgendwie so einen Backslash gekriegt hat. Also sowas spricht sich ja schnell rum, da kommt ein Film raus mit einem Bombenleger und im islamischen Zirkel. Da würde ich ja schon sagen, dass das recht schnell groß die Runde macht, wenn irgendeine Seite schlecht dargestellt wird. Deswegen war mir schon irgendwie klar, okay, das ist bis jetzt nicht passiert. Der Film läuft für die Kontroverse, die er behandelt, zu stark noch unter dem Radar. War so mein Gefühl. Und dann dachte ich, okay, dann muss der Film irgendwas richtig machen. Und darauf habe ich dann die ganze Zeit gewartet. Ah, ja, ich habe auch gedacht, es ist ganz schön mutig, so ein heikles Thema auch gerade aktuell anzuschmeißen. Ich weiß nicht, ob das Ende das so ein bisschen entschwächt oder nicht. Also ich bin echt wirklich gespannt, wie der Film aufgenommen wird, egal von wem und was da so drüber gesagt wird. Mir fällt gerade noch ein, es taucht ja auch im Film dauernd so eine Schnecke auf. Das fand ich auch interessant. Da muss ich mich auch noch reindenken, was diese Schnecke dann genau bedeutet. Also ich hatte so meine Theorien, aber die werden dann manchmal umgeworfen in ein paar Szenen. Aber fand ich auch ganz nett, wie die dann eingesetzt wurde. Was ich halt auch total spannend fand, wenn man dann weiß, wie es ausgeht, dass wir im Laufe des Films auch immer wieder Situationen sind, wo ich mir zumindest gesagt habe, warum macht er das denn gerade jetzt so? Also gerade dieser Professor, da gab es mehrere Situationen, wo ich mir wirklich gesagt habe, Alter, ruf die Polizei an oder mach sonst irgendwas. Aber du tust ja gerade so, als wäre das, was du da erfährst, eigentlich nicht so wild ist. Dass es einfach nur ein Teil einer Diskussion ist. Und auch das macht halt eben am Ende deutlich mehr Sinn. Oder auch, dass der Film, das kann man glaube ich verraten, gegen Ende auch deutlich so ein bisschen versucht, so eine Art Thriller-Aspekt mit einzubringen. Das kommt ja auch noch hinzu. Also das ist wirklich so ein Film. Also wenn ich den so 20 Minuten vorm Ende aufgehört hätte, dann wäre mein Urteil wahrscheinlich gewesen, nee Gott, das ist so ein Diskussionsfilm, der darauf spekuliert, dass die Leute nach dem Kino sich den Mund wässrig reden, so wie wir es gerade tun. Aber der hat ja dann noch wirklich, also der lädt, finde ich, zur Diskussion ein, aber vielleicht lädt er doch wirklich noch mehr drüber ein, reflektiert über die eigenen Emotionen nachzudecken, die man während dieses Films hatte. Und insofern ist das ja auch schon theaterhaftiger, dass man so verschiedene Akte hat einfach. Akt 1, Akt 2, Akt 3. Und der Film lebt dadurch, dass man alle drei Akte auch mitverfolgt. Wenn man jetzt einzelne, also wenn man tatsächlich jetzt vor Akt 3 jetzt auch abbrechen würde, dann macht der Film A keinen Sinn oder B ist dann einfach stinklangweilig. Teilweise. Ja, du hast ja schon trotzdem die Inszenierung und ich dachte ja, ich kriege so einen trockenen Dialogs-Diskussionsfilm. Deswegen war ich darauf schon vorbereitet und hätte das auch angenommen. Ich wollte halt auch sehen, wie diese zwei Parteien so miteinander diskutieren. Deswegen habe ich auch angenommen, wie trocken der Professor sich verhält. Weil ich wüsste auch nicht, wie jemand, wie ich reagieren würde, wenn mir jemand sowas sagen würde. Hätte ich dann Angst, dass ich mit dem ganz ruhig reden muss, in den wirklich überzeugen auch kann. Vielleicht hat er da ja so einen intellektuellen Anspruch, dass er ihn eben wirklich überzeugen kann. Und deswegen war das für mich gar nicht so schlimm, dass der hier nicht in Anführungszeichen perfekt direkt reagiert, der Professor. Ja, und wie gesagt, also das Ende, ich will jetzt auch überhaupt nicht spoilern, aber ich fand es wirklich, da war ich wirklich, das ist, also ich finde es ganz, ich will gar keine Adjektive nennen, aber ich fand es wirklich ganz, ganz, ganz schrecklich. Oh Gott, ja. Welches Ende denn, das erste Ende oder das zweite Ende? Beides, ich fand, das Ende Ende, da kann ich mich gar nicht richtig reinversetzen. Und das erste Ende, da kann ich mich reinversetzen, aber wollte es nicht, weil ich dann nicht mehr hätte schlafen können. Ja, genau, also ich finde beides sehr interessant, ja. Ich muss aber noch sagen, dass der Regisseur gerade so am Ende oder beim ersten Ende auch ein paar sehr nette Ideen hat. Also da gibt es wirklich ein paar Momente, ich sage nur Post-its, Hammer, Nägel, das war schon, also das ist jetzt kein besonders brutaler Film, aber der weiß schon, wie er diese Idee gut zu verkaufen hat. Also das ging mir dann auch wirklich nah, das, es gibt, es gibt Szenen in dem Film, da kann man glaube ich sagen, die hätte ein anderer Regisseur in einem anderen Genre wesentlich expliziter gemacht und das wird, wird hier nicht getan, aber trotz allem hat der Film seine, ja, seine wirkungsvollen Passagen, um es mal so auszudrücken. Ja, also das mit dem, das musste ich nicht sehen, das hat schon gereicht. Ich meine, ich bin ja auch nicht wirklich Horrorfilm-affin, aber diese ganze Thematik, der mitschwang, also mir liefen am Ende einfach die Tränen aus den Augen. Ich saß da einfach da und konnte das gar nicht, ja, also genau, okay. Hier für euch als kleine Anregung, das ist nicht nur ein Diskussionsfilm, sondern da passiert noch mehr. Ihr beiden, habt ihr noch irgendwas, was ihr loswerden wollt, bevor wir zum Fazit spazieren können? Also grundsätzlich auch, wenn man mit dieser, ich sag mal, Glaubensthematik nichts so am Hut hat, hatte mich der Film auch, deswegen wollte ich ihn ja gucken, weil man ja vorher dachte, es sei so ein Diskussionsfilm und wie verhält sich der Professor, weil wir ja gegebenenfalls ja aktuell, das ist ja ein absolut aktuelles Thema, weil man ja, wir sehen ja gerade, wie teilweise in unserem Land gewählt wird und jeder kennt vielleicht einen, der so wählt, wie man selber vielleicht nicht gerne wählt oder auch wenn man rüber über den großen Teich schielt und man sich denkt, wo ist nur unsere Diskussionskultur hin, hatte man da vielleicht auch irgendwie selbst an sich die Erwartung, dass man da was lernt. Okay, wie gehe ich mit Menschen um, die nicht die der gleichen Meinung sind oder abstruse, einen für mich abstruse Gedankengänge oder Ethik haben. Wie kann man mit so einem Menschen noch vernünftig reden? Ich glaube, das ist ja etwas, so ein Thema, das ja jeder irgendwie selber für sich hat und da war natürlich die Ersterwartung, dass man da vielleicht irgendwie was lernt oder das einmal gut beobachten kann, um für sich Schlüsse mit rauszuziehen, um selber sich vielleicht auch wieder Mut zu machen, okay, ich gehe auch wieder mehr raus, rede wieder mehr mit Leuten, auch wenn sie nicht meiner Meinung sind, auch wenn ich denke, das ist komplett falsch, was sie gerade denken oder sagen. Und das ist ja auch etwas, das der Film gut rüberbringt, dass man A, noch miteinander reden muss irgendwie. Ich meine, der Professor wird dazu gezwungen, aber er macht so die Sache eigentlich ganz gut. Und hast du denn den Eindruck, dass du da was mitnehmen kannst? Also hat dieses Bedürfnis, wurde das gestillt von dem Film, dass du jetzt gelernt hast, was du für Argumente anwenden kannst? Nee, dafür war dann tatsächlich die Diskussion im Film zu kurz. Mich interessiert zwar so Exegese und sowas schon auch und ich fand so Ansätze davon, die sie angerissen haben, ganz toll. Ich hätte mir da vielleicht sogar teilweise ein bisschen sogar mehr gewünscht, aber sie kratzen das nur an. Also sie wollten das, glaube ich, nicht zu stark theoretisch werden lassen und da mehr Vielfalt einbauen. Das fand ich dann auch okay. Ich hätte auch einen anderen Film geguckt, aber jetzt für die Situation, die ich vorhin angesprochen habe, dass man vielleicht selber was da mitnimmt und dann Bock hat, mit jemandem zu diskutieren, das wurde jetzt da nicht so gestillt. Also gelernt habe ich nichts. Ich habe gelernt, dass Al-Akbar heißt, Gott ist größer und nicht Gott ist groß. Und das fand ich auch in einer schönen Szene auch schön bildlich dargestellt, dass das Wort Barmherzig sehr oft auftaucht. Und so ein paar Sachen werden da schon eingestreut. Stu, wolltest du gerade noch was sagen? Ja, also dieser Diskussionsaspekt ist sehr wichtig. Bei mir war es halt einfach so, wie gesagt, ich bin kein besonders gläubiger Mensch, ich lasse jedem sein Glauben, aber wie ich ja schon vor ein paar Minuten gesagt habe, wenn jemand jemanden umbringt, dann ist das einfach falsch, egal warum er es tut. Und es ist auch keine Rechtfertigung, das im Auftrag des Herren von Allah oder von mir aus der Orangeschwaren und Oktopusgöttin zu machen. Das ist alles Schwachsinn. Und da muss ich sagen, ich hatte halt wirklich Momente, wo ich das Gefühl hatte, dieser Martin, der ist mir einfach zu sehr Fundamentalist, weil er wirklich sagt, ich habe hier eine Bombe und ich plane, die hochgehen zu lassen und gebe dir noch Details preis, wie er es machen möchte, weil beim letzten Anschlag zu viele Leute verletzt, aber zu wenig gestorben sind. Und dann ist natürlich die Frage, wie willst du mit so jemandem überhaupt diskutieren? Und also verdient dieser jemand überhaupt diese Diskussion? Weil letztlich ist es dann, wenn er halt zu fundamentalistisch ist, auch vergeben in der Liebesmüh. Und das waren so Momente, wo ich das Gefühl hatte, wie ich schon sagte, boah, hau ihm einfach eine runter, ruf die Polizei und gut ist. Ja, ich meine, das löst sich halt alles auf, aber ich finde es gut, dass der Film so ein bisschen versucht, diese Diskussionskultur so ein bisschen hochzuhalten. Allerdings, worum es hier geht, nämlich versuch mich davon überzeugen, jetzt keine Leute umzubringen. Da ist halt für mich dann auch keine Diskussion, das ist einfach eine Sache, du bringst einfach keine Leute um, Punkt. Ja, das war ja auch das, was ich auch zitiert habe, dass er eben sagt, okay, du klingst, als wärst du verrückt und egal, was ich dir sage, du wirst das alles in dein Weltbild pressen. Und wenn du sagst, okay, im Koran steht, Töten ist verboten, außer es geschieht rechtmäßig, und dieses rechtmäßig presst du dir dann so zusammen, wie du möchtest, und es wird ja auch angesprochen, okay, du legst dir das in deinem Kopf so zurecht, wie du das möchtest, und so funktioniert halt der Koran nicht, anscheinend. Ich finde es auch total schwer, wie man das dann dann deuten soll, aber das ist eine interessante Diskussion, die halt aufgeworfen wird, ob sie dann konkret hilft, wenn man mal in so eine Diskussion reinkommt und mit jemandem reden muss, der gerne eine Bombe zünden möchte und du musst ihn aufhalten, na, herzlichen Glückwunsch, da wird der Film vielleicht nicht genug reichen, aber er bietet zumindest Gedankenanregung. Vor allem auch diese Machtlosigkeit, die du als Gegenüber hast, wenn der Popescu halt eben dann so Argumente bringt, was ist denn, wenn er dann ein Schwangere ist, warum willst du das Kind halt töten, ich meine, du weißt doch gar nicht, ob es ein schlechter Mensch wird, ja, und der Martin findet ja immer ein Gegenargument, und das Argument ist quasi immer das gleiche, und zwar, aber alles geschieht doch auf Gottes Wille, auf Gottes Geheiß, weil Gott es so möchte, weil Gott es so vorgesehen hat, und das ist ja so ein bisschen wie, ja, so das Schachmatt, immer wenn du willst, also es ist immer, ja, aber Gottes allwissen, so nach dem Motto. Ja genau, wir wissen ja seine Motivation dann eben vom Ende, weil wir den Film ja schon gesehen haben, deswegen müssten wir eigentlich da, würde ich, fände ich eine Diskussion total spannend, mit dem Wissen, um das Wissen des Endes, was ihn denn da eigentlich noch genau antreibt, aber das wollen wir ohne euch tun, damit ihr den Film noch in Ruhe gucken könnt. Wir finden euch alle doof. Wir finden euch, ja, Stu findet euch alle doof, und jetzt, damit wir hier nicht noch die Diskussion, noch anheizen noch mehr, möchte ich gerne zum Fazitteil kommen. Wer von euch möchte zuerst ein Fazit raushauen? Äh, fang ich mal, ja, fang einfach mal an. Super, Stu, bitte. Unglaublich interessanter Film, gut gespielt, ähm, die Inszenierung war auch wirklich sehr, sehr interessant, man merkt aber halt schon, dass da gewisse Limitierungen drin waren, gerade was das Budget angeht, deswegen, ich meine, so offen können wir ja sein, wir haben ihn alle drei nicht im Kino geguckt, und ich glaube auch nicht, dass es ein Film ist, der die große Leinwand dringend braucht, trotzdem ist es mir lieber, dass sowas gefördert und ausgezeichnet wird, als andere Projekte, also guckt euch lieber, Martin liest den Koran an, als Chantal Märchenwald, oh, das ist, der Vergleich allein ist super toll, muss ich mir kurz auf die Schulter klopfen, was, hab ich so gut gemacht, so, danke, so. Ähm, ansonsten, äh, also wirklich ein hochinteressanter, packender Film, ist der für jeden Mann geeignet? Nein, das ist schon ein Film, da muss man bereit sein, sich einzulassen, ich kann auch jeden verstehen, der nach fünf Minuten sagt, so Leute, ich bin dafür gerade nicht in der, in der Lage, aber gönnt euch die Zeit, äh, äh, nehmt euch die Energie, wenn, wenn es euch interessiert, ich glaube, Martin liest den Koran, ist, äh, ein deutscher Film, der es lohnt, gesehen zu werden, und danach werdet ihr sehen, dass es sich bestimmt auch nochmal lohnt, sich länger Gedanken über diesen Film zu machen, über seine Aussage, und dann könnt ihr, wie Schlogger schon sagt, auch gerne bei uns, äh, mal vorbeischauen, und dann mit uns diskutieren, das wäre mein Fazit. Und du, David? Ja, ich denke, das ist wieder so ein toller Film, wo dann, der wieder so einen Stempel kriegt, so Prädikat wertvoll, und, äh, 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 innovativen Lehrer werden ja wahrscheinlich in ihre Schulklasse reingehen, und, äh, hinterher dann Aufsätze schreiben lassen, und diskutieren lassen, das kann ich mir gut vorstellen, ich hätte den jetzt auch nicht im Kino gebraucht, wäre jetzt auch kein Film gewesen, den ich jetzt so aktiv fürs Kino mir ausgesucht hätte, da ist der dann schon auch ein bisschen zu arthausig, äh, man muss durch die ersten 20 Minuten erstmal irgendwie reinkommen, schon irgendwie auf sich wirken lassen, das ist kein Gute-Laune-Film, wo man sagt, boah, jetzt hab ich mal richtig geilen Bock auf so einen Film, ah, Martin, oh, da liest den OK, den gucke ich mir an, nee, das, also so ein Film ist das nicht, aber, er macht auf seine Art und Weise dann dennoch Spaß, ich fand den deutlich besser, als die Erwartungen, die ich darin hatte, oder auch was der Trailer mir suggeriert hat, insofern gibt's den durchaus ne Chance, wenn er irgendwann im Streaming erscheint, oder, äh, wenn er generell gerne so ins Arthouse-Kino geht, dann, äh, geht da rein, wenn euer Kino in der Nähe das spielt. Ja, danke, okay, dann hänge ich mich noch hinten dran, äh, ihr habt's ja schon gehört, ich hab auch Stu überzeugt, weil ich meinte, das ist ein guter Film, also ich fand diesen Film auch sehr gut, obwohl ich ihn schrecklich fand, aber manche Geschichten, ähm, sind eben nur dann dadurch rund, dass sie eben ihr schreckliches Ende nehmen, und ich würde fast sagen, das ist eines der schrecklichsten Enden, die ich dieses Jahr im Kino gesehen habe, und trotzdem fand ich den Film richtig gut, der hat mir einfach Spaß gemacht, weil ich hatte sowieso Grund, Bock auf diese Diskussionsgrundlage, und dann hatte ich Freude daran, wie sie hier die Kamera inszeniert haben, auch wenn es manchmal ein bisschen zu viel ist, sie übertreiben da manchmal, okay, die Drehung hätte jetzt nicht auch noch sein müssen, oder dass mich, wie gesagt, manchmal dieses nervt von wegen, ja, okay, ist es jetzt passiert, oder ist es nicht passiert, dass man so einen Rückzieher dann macht, dann manchmal, was auch hier im Film meiner Meinung nach passiert, einmal zu oft, trotzdem ist es für mich eine grundlegende Empfehlung, ich weiß nicht, ob man den im Kino sehen muss, obwohl er ja gegen Ende so eine kleine Füller-Wendung nimmt, und ich glaube, diese Inszenierungssachen wären im Kino auch nochmal spannender gewesen, auf der großen Leinwand, aber es würde, glaube ich, auch reichen, den überhaupt zu sehen, ich möchte, dass ihr diesen Film seht, weil ich ihn sehr gut finde, und eben das ein deutscher Film ist, der meiner Ansicht nach, genau wie ihr beide auch das schon gesagt haben, David und Stu, der stärker gefördert werden soll. So, also eine klare Empfehlung von mir, aber auch eine kleine Warnung, wie ihr beiden auch schon gesagt habt, das ist kein Gute-Laune-Film, am Gegenende wird es teilweise auch ein bisschen fies. So, das war's. Wenn ihr mit uns über diesen Film diskutieren wollt, dann könnt ihr das nicht nur in den Kommentaren tun, sondern auch noch auf unserem eigenen Discord-Channel. Den findet ihr unter tele-stammtisch.de, da haben wir den verlinkt irgendwo, und da könnt ihr direkt reinhacken, ey, was haben die Pappnasen da gesehen in dem Film? Ich deute das ganz anders oder ich würde diesen Film niemals empfehlen. Dieser Film ist gefährlich aus Gründen, keine Ahnung, was weiß ich, was wir jetzt da übersehen haben oder ihr redet mit uns übers Ende. Ihr könnt auch, wenn ihr das gut von dem, was ihr hier gehört habt und gerne mehr hören wollt, könnt ihr auf unserer Website noch mehr sehen oder auf Social Media, überall, wo es Likes gibt. Das war jetzt ein langer Werbesermon. Ich verabschiede mich schon mal mit einem kurzen Werbeslot von mir. Von mir, Schlogger findet, könnt ihr gerne auf schlogger.de oder auch auf Social Media überall unter theschlogger was finden. Dann verabschiedet sich der David und dann verabschiedet sich der Stu. Und wir hören uns bei der nächsten Besprechung. Tschüss. Tschüss. Sagt man auch zum Abschiedsschalom? Ich weiß es gerade nicht. Ich sage einfach Tschüss. Tschüss. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des TeleStammtisch, betreiben ein semiprofessionelles Podcastprojekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns. Wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcastplattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.